Komplexe Software, Zeitdruck und Budgetbeschränkungen setzen Test-Teams und Product-Owner unter Druck. Heute investieren Organisationen viel Zeit, um Software-Anforderungen zu prüfen und Testszenarien zu erstellen. Mit Standard-Tools müssen Anwender ihre Spezifikationen jedoch erst aufwendig daran anpassen. Bis jetzt. Lernen Sie Xpleo Sophia kennen. Die Innovation für Software-Qualitätssicherung mit generativer KI. Mit Xpleo Sophia werden Ihre Software-Anforderungen von einem KI-System verarbeitet, das die neuesten Large Language Models verwendet. Ganz gleich, ob es um Texte in natürlicher Sprache oder Prozessabläufe geht und egal, ob Sie mit agilen oder Wasserfallmethoden arbeiten. Die funktionalen Testfälle werden anschließend automatisiert generiert und mit Ihren Qualitätsakzeptanzkriterien verknüpft. Xpleo Sophia ist mit unserem Wissen über Software-Qualitätssicherung ausgestattet und durch KI-Experten optimiert. So lassen sich Testfälle für unterschiedlichste funktionale Anforderungen generieren. Im gesamten Software-Lebenszyklus und unabhängig von der Art der Anwendung. Endlich können Sie sich von aufwendigen, manuell erstellten Testfällen verabschieden. Ihre Organisation spart Kosten und Sie gewinnen Zeit für andere Aufgaben, etwa für exploratives Testen und für eine bessere User-Experience. Mit Xpleo bringen Sie Ihre Qualitätssicherung ins Zeitalter der generativen KI.